Bin ich froh, wenn sie mich ignorieren? Oh Gott, capture the flag, he? So. Muss erst mal überhaupt warm werden, ey. Hör mir auf. Trink einen Tee? Nee, nicht auf der Art und Weise. Ich hab keinen Plan, lass den Schimmer, wo ich eigentlich gerade hin will, wenn ich alt bin. Wahrscheinlich zwischen die zwei Häusern, da, irgendwie bei den Büschern, oder? dass ich in die Straße, wenn sie kommen, reinvisieren kann. Wie gesagt die eine oder die Nuller Reihe? Ja, ja, ja. Muimui, 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 muimui. Ich gehe hoch. Hilfe, Masken, Grab oder Arsch? Ah. Du warst eh nicht davon, wir haben neuner dabei, ne, darfst du nicht vergessen. Oh, guck dir's mal an. Oh, oh, ich, alter. Der komische Kacktyp ist vor mir vor gefahren. also nie bloß weg mit dem so nicht okay und ich brenne das kommt davon wenn man auf chat kommt ich habe noch 63 hp wirst du die gegner weg bist du ja gut danke ja das kommt davon auf chat kommt dann ja gut das waren die neuner der progetto davor ist ja okay da hat ja gut die stärkste dame kannst das wir geschafft das schon wir schafft das ohne die tourie mann ohne die tourie mann Gut, Memo für mich selbst, Chat lesen und Text spielen ist so eine Sache, ne? Will sie jetzt das auf? Nein. Schade. Ja, bester Mann gleich vor der Fall gestorben. Richtig frech. Mäuschen, guck mal, du hast den Mäuschen ganz vorne. Ja, ja, das ist auch die kleine Variante. Für jeden darf ein Schrauben ins Glas. Hol ein Shot trinken gehen. Ich trinke ja kein Alkohol, danke. Mit Schrauben habe ich auch nicht. Lässt sich alles organisieren. Jetzt geht es los hier. Schlechte Helfer zu unterstützen, oder was? Das sieht hier so aus, dass sie uns hier auf der Rechtenzahl überrennt. Ja. Ist es so. Na, Bruder, eigentlich... Ja gut, wir haben den Heavy schon verloren, ne? Jetzt noch einen zweiten Jäger. War das ein wichtiger Heavy? Ja, war ein 9er. Hast du das Mäuschen vorne? Ja, die ist gerne vorgesprintet und bekloppt, ne? Kein Wunder. Auf den Mäuse zieht man es ja gerne. Ja, ne? Dann trinke ich ihn morgen nachträglich. Bin wieder bei Stiefadi zum Saufen. Ja, gut. Ja, da wisst ihr eh, da was abgeht, ne? Die Ophilie. Aber wie du siehst, das auch für ein Match ging gut. Zweite Reihe, zweite Reihe da. Ja. Genau, jetzt hier müsst ihr da kommen. Ne, ne, die sind noch eins weiter. Ne, ne, da. Ja, das... Ja, ja, da hat grad... Okay, da hat er gegen den Zug geschossen. Nice. Das hat sich immer lohnt, ey. Ja, gut. Genauso hatte ich es eigentlich auch geplant. Aber da bin ich halt scheides wenig beim Lesen zu meinem Vorhof gefahren. Oh, tolle Sache. Pass auf, pass auf, pass auf. Du hast direkt welche an der Ecke bei dir. Die sind alle da. Die sind alle da. Ich würde ein Stück zurückfahren, wenn ich du wär. Ich würde nicht vorfahren. Das sind drei Stück. Ganz ruhig, ich weiß, jetzt sinkt grad auf mich. Äh... Geh zu dem Waggon hinter dir, oder? Und dann... Dass du halt einen besseren Winkel hast, wenn die da... Wenn die reinkommen. Ja. Oh, Pazzo, nicht durchstoßen. Äh, du stoßen da da. Genau, genau. Ich weiß halt nicht, ob die... Die komplett einfallen. Das ist das einzige Problem. Uh. Ich glaube, du bist... Ja, sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen. Pass auf, pass auf. Ich glaube, wir probieren, ob du da durchfahren kannst. Ja. Nee, lieber ne. Da hast du... Ja, der guckt nicht auf dich. Geh, 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 geh. Nice. Genau so. Noch ist unentschieden, ne? Okay, jetzt nicht mehr. Da kommt einer, da kommt einer. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Okay, er hat eine gute Pack... Uuuuuh. Der dich one-shotted. Das war ein 9er. Ja, ja, ja. Das waren beide 9er. Das war das Problem. Oh man, ey. Ja, die 9er macht halt Damage, ne? Was war'n das überhaupt für einer? Conqueror! Oh ja, ja, kein Wunder. Das ist ein fucking Conqueror! Kein Wunder, dass du so viel Damage machst. Das ist wahrscheinlich der stärkste vom Team, oder? Ja. Ja. Ja, 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 ja. Das wäre echt kein Conqueror. Den willst du nicht, Mann. Den willst du definitiv nicht. Den will man selber haben. No. Boah, wir sind gleich im Eimer, wie ich sehe. Guck mal, die... Ich weiß nicht, wo sie hinwollen, aber sie wollen auch irgendwo hin. Die Kämpfe sollen überleben. Mit den Beinen in die Hände. Der geht da hoch, oder? Ja. Das ist gar nicht mal... Eigentlich gar nicht mal so eine doofe Position, wo der jetzt eingefahren ist, ne? Aber das Problem ist, die könnten von allen Seiten kommen, ne? Ja. Hm. Ja, die können jetzt einfach einnehmen, ne? Das ist nochmal das nächste, aber... Ich glaube nicht, dass die jetzt einfach einnehmen. Ich glaube, ihr habt Blut geleckt. Ja, die sind killgeil, Herze. Ja, ja. Hundertprozentig. Hat's gemacht. Ja. Okay. War nur kritisch. Ach, Alter. Ja, das ist... Engel. Die machen einfach kein Level. Oh, da ist der Conqueror. Ja, der markiert weg. Oh, der hat daneben geschossen. Oh, das ist die andere. Ja, keine Chance, Mann. Ja, gut, ne? Ja. 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 Wann wir erst mal mit mir als erstes sterben? Ja, gut. Ich hab auf den fucking Chat geguckt, ja? Und hab festgestellt, wo ich sie zurückgeguckt hab, war ich auf 64 HP. Ja, was willst du von mir? Ich bin die nächste runter. jetzt davon fiel ja wieder nicht ablecken was ablecken was nein guck mal wir haben aber ausgeglichenes match zack tot pass auf die nadel sich ins auge sticht wo ich denke mal ich werde mich unten positionieren auf defensive basis ein bisschen wenn ich über die insel ja ja ablenken sagt mir wohin ich komme jetzt geht es los jetzt geht es los hier ich habe gerade gesehen dass ray gestartet hat Oh ja gut. Na... Ich kompensiere am besten auf der Map. Auf der Seite besser gesagt. Oh, ich muss mal gucken, wer ist besser, wenn ich... Ich glaube, ich muss weiterfahren. Hör, die sind ja alle... Oh Gott, wie viele Heavys haben wir? Wir haben vier Heavys, warte mal. Das dauern wir 6, ne? Ja, das stimmt. Das war 5. Okay, ich geh mal durchs Wasser. Hier stehen welche. Ich werd auf jeden Fall die Heavys vorfahren lassen. Ich werd dann mehr Deckungsfeuer geben. Das ist der Plan fürs Erste. Na, ich geh jetzt hier hoch. Guck mal, da sind sie schon. Aber nicht den Baum ringt, wenns geht. Ich... aber ich seh, ich seh als... Wum... Genau. Wie werd ich denn bitte instant aufgedeckt? Wirst du dich fahren? 244 pusht uns gerade. Das ist ja interessant. Ich hab mal seine Position gegangen. Und natürlich schieß ich den... Nee, ich hab... Das gibt's ja nicht, Mann! Natürlich trifft meine Mumpel nicht. Ich... Wo ist der... Wo ist der... Wo ist der kleine Kegerte? Warte mal, treff ich von der Seite vielleicht besser? Na, komm noch mal. Komm! Komm, zeig dich! Oh, 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 komm! Ach, natürlich nicht. Ich zeigte sich nicht. Na, pff, Alter! Wie geh ich denn bitte auf? Wir haben nicht mal fucking lights hier. Bist unerkelig, Mann! Oh, 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 oh Ich lebe zwar noch, aber warum kann man leben? Und jetzt bin ich auch da tot. Ja. Das ist noch eine Jagd, Alter. Ja. Ich seh den. Fuck. Natürlich stirbt er jetzt. Ne, wenn ich hier zurückge... Natürlich treffe ich meinen Pazzer. Oh, das war's. Natürlich treffe ich nicht durch die Pazzer. Ich hab wieder 0, 0, 0. Das geht wieder richtig gut. Ey, wir haben noch zwei Überlebende sich gerade. Wir haben noch ein bisschen erst erst gestorben. Das ist schon mal eine Verbesserung. Ich hoffe, sie hat heute so eine Klatsche gekriegt, Mann. Guck mal, der Skoda. Ich dachte, der wollte vorfahren. Der zieht sich wieder komplett zurück. Ich bin ja eigentlich da angefangen am Anfang. Ja, dann brauchst du eine Brille. Ja. Ja. Ja, gut, ne? Jetzt wird er von allen Ecken. Keine Chance mehr. Ja. 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 Ich bin bei 39,38% gerade. Mit der SUG bin ich... Siegesrate 22%! Mit schläft richtig gut, ey! Was beim BR Pass sagst du? No? Ja, wo... Fahrzeuge... Fahrzeuge hast du die allgemeine. 36% mit der SUG. So, und allgemein habe ich 39,38! Das Beste ist hier mein T3 Panzer, das ich gerade so mal S35. No? Ich habe sechs Gefechte und da ist eine 100% Gewinnrate. Ich denke mir so, hä? Ja, du hast halt noch nicht so viel drauf, ne? Manchmal hast du halt Glück, ne? Vor allem das Geile ist, hier mal versuchen sie 500 Schatzpunkte in ein Gefechtes mit der SUG vielleicht einen Angriff, weißt du? Wenn du denn mal treffen würdest! Ne, ich sehe ja gerade hier 36 Gefechte mit der SUG. Ne? Ich weiß gar nicht wieviel habe ich da, wer passt, wo war das, wieviel? Ich habe 54. Hm. Ne? Leihgefecht! Kann der nur schief gehen? Ja bitte, richtig. Ne? Ne, aber ich denke, dass da wo ich mich halt positionieren habe, das war halt echt nichts für einen Jagdpanzer. Ich glaube das erste Mal, dass ich mich auch von der Seite überhaupt mit einem Jagdpanzer habe irgendwie versuchen wollte zu positionieren, das ging richtig in die Hose. Ich hätte eine viel, viel krassere Position, ich habe die nicht mal gesehen, aber die müssen wir den Klatschen geben. Ja, 9 wieder. Äh, ok. Die Map. Ja, die Map! Verwachst! War ich überhaupt hin? Ich weiß es nicht mal. Da oben, oder? Das war die Map, wo man in Heavy im Nahkampf geklatscht hat. Ja, ich glaube das erste, was ich sehe ist A5, oder? Das ist so das einzige, was halt gescheit aussieht. Weil da kommen sie eh durch die Stadt auch teilweise. Naja, kannst du hin machen, ich mache hier auf die Nordlinie. Alles klar. Das ist auch da mein Glück. Na dann! Jetzt haben wir da irgendwie Schafu, Skoda... Ja, ja geil. Piu! Babs! Ja gut, ne? Wir haben das schön blockiert, der Typ, Alter. Ach ja, ich liebe es! Tore kommt mit Verspätung. Ja, wie immer. Ja. Was war das? Ich meine, ich will hier gewöhnlich runterfahren. Ich muss zur... Da will ich hin, zur... Gibt's hier noch irgendwas... Ordentliches zum Verstecken hier? Gibt's hier nen Busch oder so? Ne, von der Seite kann ich's vergessen. Da will ich nie was treffen. Hey, hi! Hi! So. Ich muss hier an die Ecke fahren. Und ganz hinten sind die noch. Gott. Ja gut, ich sehe unglaublich viel. Ne, der Winkel ist total scheiße. Ich sehe nen Rotz. Ich geh hin zu den Emil. Wieder hin. Bringt mir gar nichts hier, hab ich grad festgestellt. Null, guck mal nix. Wieder fix. Oh Gott, mein Drehwinkel. Momentum. Hoch da. Über auf die andere Seite. Hab ich zwar keinen fucking Busch, aber... Oh, okay. Hast du's grad nicht? Ich hab's genau grad gesehen. Genau grad hingeguckt. Mal die Fallen zurück. Nee, auf der Seite kannst du halt nichts machen, wenn du kein Heavy oder Medium dabei hast. Wenn du den Busch durch den Mediums... Ja. Ich warte mal. Ich probier mal. Wann? Was? Wenn man Bock hat, selber live zu gehen und einem dann einfällt, dass das Mikro ja kaputt ist. Ja, ne? Bisschen so. Oh Gott. Ich versuch dir Super Alcat mal zu helfen, ja. Hab ich noch nicht wirklich was gemacht? Oh, oh, oh. Na, na Cornray, ne? Und da ist wohl noch ein fucking Jagdpanzer, ein anderer. Du bist außerhalb der Reichweite hochnotig... Äh. Yes! Oh Mädels... So will ich das sehen. So will ich das sehen! Oh nein! Ich wollte... Wir haben Lurk, Jo, viel Nightmare! Nice! Sehr schön! Lucky, Lucky! Ich muss aufpassen, ey! Ich muss richtig hart kaufen. Oh Gott, ich fahr lieber den anderen hinterher, ja. Rückzug! Flieg, Chicken, flieg! Mach ich! Oh, oh. Ich fühl mich so langsam. Oh, das ist der Light. Ich seh die Light! Und ich bin aufge... Au! Hinter da, hinter da! Oh! Hinter da, hinter da! Wie gut es ist, ich bin ein bisschen Bait. Yes! Weg damit! Bye, bye! Bye, bye! Komm, 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 komm! Oh, ich seh die nicht! Ich dich! Nee! Oh, Pralao! Oh! Aber der Kleine sieht mich! Richtig frech! Richtig frech! So will ich das sehen! So muss das laufen! Du bist ja auch ein fleches Hühnschniff! Oh! Oh! Wow! Okay, ich... Oh! Der wollte wieder auf mich schießen! Hast du das gesehen? Ich hab die Mumpen fliegen gesehen da hinten! Warte mal, ich muss auch umdrehen, die kommen jetzt von der anderen Seite. Natürlich! Äh, oh ne, ne! Emil ist auch tot! Oh, die treffe ich nicht! Noch nicht! Oh, ist tot! Gott sei... Ah! Pfff! Von w... Wird die verarschen! Der kommt von hier, der eh ne Typ! Ah, es wird lustig! So was ich... Ich glaube ich muss... Ich muss eine Flucht nach vorne machen. Wie sehen die mich bitte? Guck mal, da ist die scheiß Terrasse! Ich muss aufpassen wegen der scheiß Terrasse, ne? Wie? Wuuuff! Alter! Von rechts dahinten, ne? Ja, ja, ich seh's! Oh Gott, ich... Ich häng irgendwie... Ah, scheiß Schreck! Ich hab mich wieder... Ich hab mich wieder den... Falsch Schreck damit dreht! Aber hey, ich hab 810! Mal ein bissl damage! Die soll ein bissl was bekommen! Und noch ein... Oh, ich hab zwei Kills! Wuhu! Wir haben es geschafft, Mann! Ja? Öfter auch langsam! Ne? Ja, ich hab mal festgestellt... Vorne auf der Innenposition! Dann haben wir den da! Ein witziges... Ich hab mein Mikrofon mal... ...nacken näher gemacht, damit ihr sagt, dass ich nicht zu laut bin! Hey, Ray! Bist du das? Ich versteh' dich nicht! Dein Mikrofon ist zu leise! Halt die Schnauze! Du bist leider nix im Video als im Livestream! Dafür kann ich ja nichts! Alter, voller! Jetzt muss ich... Du lieg' aber lauter als du, Jürig! Dafür kann ich ja nichts! Die Musik ist übelst leise! Äh, jetzt muss ich aber Ray erstmal wieder runterdrehen! Nein, musst du nicht! Doch, muss ich! Doch, musst du! Nee, danke! Ich lehn's gerne ab! So! Passt schon! Abgelehnt, Ray! Abgelehnt! Genau, genau! Abgelehnt! Abgelehnt! Ablecken! Abgelehnt! Ja, ja! Ablehnen! 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 Okay! So! Wollen wir jetzt auf die... Auf die Fünfe gehen? Auf die Fünfe? Weil er da mein Leopard ist! Jürig! Was willst du machen, Ray? Wieder Dexter oder Achter! Jetzt geht's los hier! Na gut! Sechs! Wer meine Hummel? Die Hummel! Die Hummelbummel! Die Hummelbummel! Oh! Warte mal! Ich müsste ja eigentlich mal... Nein! Ne! Willste keinen Clamboost haben? Ist mir gerade eingefallen! Brauchen wir nicht! Jetzt geht's los hier! Wir sind so geboostet beschissen genug! Geboostert! Willst keinen Clamboost haben? Tobi, du hast 34 Boostinger! Ich erholt! Du nutzt sie mal! Nein! Wenn du einfach bei Events kommst... Oh ey, was? Wenn ich fast ganz oben bin! Bin ich mal jetzt laut genug eigentlich? Ja! Jetzt ist es ordentlich! Was heißt... Was heißt geht so? Na keine Ahnung, was ich sage! Geht so! Ne, jetzt ist es ordentlich! Nur weil du taub bist, heißt das nicht, dass ich lauter sein muss! Na, ist wirklich so! Der sagt, dass ich taub bin! Ey Jurik, komm mit dir! Ich weiß! Jetzt geht's los! Der VK 36 hier! So, jetzt sind die Gehirzel ausgeschaltet! Ja, man hört ihn besser! Siehste? Sag ich ja! So, wir spielen jetzt Arty übrigens! Das heißt, wir lassen's regnen! Hey, ready to game! Das heißt, er ist absolut nützlos in der hintersten Ecke! Warte mal, ich lass die mal vorbei fahren! Er ist absolut nützlos in der hintersten Ecke! Wollen wir es mal sehen! So, warte mal! Wie platziere ich mich hier eigentlich am geilsten? Was wollen wir sehen? Ich guck grad! Pfff! Fliege! Wir wollen es sehen, wie das Hühnchen fällern lässt! Dass wir ihn grillen können! Ne, es geht mehr wegen Winkel! Weil ich hab das Gefühl, dass ich vielleicht nicht über die Mauer hier richtig schießen kann! Das ist das Problem! Ich hätte aber nur... Und ich sehe, ich sehe, ihr lasst den Dings hier offen! Dann verpisse ich mich auf jeden Fall rüber auf die andere Seite! Na, guck mal, unsere Burg! Auf der einen Seite ist komplett offen! Und dann... Wir müssen die Burg nicht beschützen! Wir müssen unseren fucking Ort beschützen! Ich hoffe, Jürich! Jürich, wann kommst du denn mit auf die Fresse? Richtig! Ja, sie kommen alle von unten und da kommt keiner! Ich kann den leider nicht unterstützen! Jürich wurde komplett komplett auseinander genommen! Ja, Panzer! Bist du denn drauf? Okay! Ja, Jürich ist tot! Okay, hier! Komm mal, sie flogen! Ja! Jürich! 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 Oh! Oh! Tupaster! Komm hoch! Komm hoch! Oh! Das ist ein neues Arschloch! Damit du besser bei ihn reinkriechen kannst, ne? Oh, ne, es war zu... Uh, fast! Oh, das war so knapp, ich hätte ein Stück weiter... Wo kommen? Das war es davor... Warte mal, hier steht noch vorhin... Warte mal, da ist noch ein mittlerer... Oh, ich treff den von hier nicht. Haus ist im Weg, ne? Keine gute Idee, Ray. Ne, der Berg! Ah, der Berg! Wait, das ist ein... ach, das ist ein Tiger. Der Vater war mein größtes Problem da hinten. Aber den konnte ich ja noch mal treffen. Oh, was ist denn mit dem da? Und bitte bleibt... Ach, ne, das ist... Ach, das ist der A! Das ist ein Kakao. Wo ist denn bitte der A? Der A deckt einen Viertiger. Den könnte ich... Die Chance ist so ein bisschen, ne? Oh! Das kann vorgefallen! Nein, das Ding ist auf jeden Fall zu weit geflogen, das habe ich jetzt schon gesehen. Oho, guck mal, der hat kurz geschwitzt! Auch nur ganz kurz! Guck mal, da fährt er wieder zurück! Da fährt er wieder zurück! Würde ich auch machen. So, der andere stand hier... Und dann... Oh! Oh! Was sehen meine Augen da? Nichts, was sie entzündet sind. Ne, aber das Problem ist ja schwer zu treffen. Ja, ja, ne... Schwierig. Traut er sich mal voll davor? Das sieht so aus, aber... Das hat bestimmt gesessen. Ich sehe es zwar nicht, aber es hat definitiv, hoffentlich. Auf jeden Fall wehgetan. Die zwei hat hinterm Hügel, die da oben auf der Karte sitzt... Ich habe keine Chance zu treffen. Wo? 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 Ja! Ich gucke gerade mal nach der gegendrischen Artie. Vielleicht sehe ich sie ja. Komm, schieß! Trau dich! Trau dich doch schießen! Hä? Trau du dich doch! Mal gucken, ob ich dich da finden kann. Warte mal, hier ist es wieder... Wuuuuh! Oh, jetzt kann ich nicht gucken, wo die Artie ist. Ich muss mich gerade... Hier! Guck, 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 guck! Uh! Hahaha! Ach, komm schon! Guck, wie der Gummigert! Guck, 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 guck! Ich guck, 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 guck! Uh, ich... ich komm nicht ran. Uh! Ich komm halt nicht ran. Uh! Oh, sehr gut! Zwei Sekunden noch! Komm, guck, 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 guck! Uh! Volltriffer! Kritischer Schaden! Jo! Nice! Oh! Das ist ne gute Runde für mich! Oh, der steht bestimmt immer noch hier so. Aber ich treffe den halt hier nicht, ne? Ach guck mal, da fährt ein Jagdpanzer von uns rum. Der ist... Ne, den treffe ich nicht. Ne, 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 keine Chance. Hier kann ich so teilweise, ne? Ich sehe Leid, ich sehe Leid, ich sehe Leid! Du siehst mir Leid, ich kriege den Treffniss, ich sage. Warte noch. Wie ist es, bleibst du stehen? Oh, der war schon tot! Ich kam zu spät! No, ich wurde scharf geschossen! No, ich kam... Oh, okay, es sind noch die Artisa. Mal gucken, ob ich hier was snacken kann. Ja, die stehen wahrscheinlich beim Zeppelin, ne? Neun Sekunden noch. Vielleicht kann ich mir was snacken, vielleicht habe ich ja Glück, ne? Oh, zwei Sekunden. Oh, ich kann schießen. Wo sind die Artis? Hello, Geno Kenobi. Geno Kenobi. Dein Wohschum aufgewicht, werde ich. Komm, komm, komm! Yes, mein Kill! Geno Kenobi, er klaut, er... Der hat aber Eiskalt den Kill weggenommen. Meins! Om nom 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 nom! Oh, ich hab drei Kills, Mann! Ja, wo ist die andere Arti? Du steckst hier richtig gut, hä? War noch mal, hä? Die ist hinter dir. Ne, neben mir! Oh! Oh! Alter, da treffe ich sie nicht. Oh, die Arti hat gesagt, die fickt die andere Arti. Ich schnapp die andere Tanks. Ich glaube auch, ich glaube auch! Pech? Hast Pech gehabt, kannst du die Arti nicht treffen. Ne, keine Chance! Probier mal hier! Ne, die alti der Mord. Meine! Oh, yeah! Oh, wir klau... Guck, wie die geklaut hat, ey! Ich hab gar vier köln! Ich... Oh, ich hab Erfolg gekriegt! Wissen ist Macht! Ne, das war kein Wissen, das war auch keine Macht. Das war einfach nur Liebstahl. Oh, ich hab 2844. Ja, bitte.